Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Klimmzugstange von Ultrasport. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Klimmzugstange für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Klimmzugstange unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, eine Klimmzugstange ist simpel wie genial, denn Klimmzüge sind eine wirklich einfache Fitnessübung, mit der man im Homegym gut trainieren kann, gerade für Anfänger eine super Sache, da viele Leute, die noch nie Fitness gemacht haben, sich mit ihrem ersten Klimmzug abmühen, aber dann schon nach ein paar Monaten sich darüber freuen können, Schritt für Schritt mehr Klimmzüge zu machen. Deswegen finde ich diese Anschaffung alleine aus Sicht der Motivation für das Homegym super, super gut. Was diese Klimmzugstange anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Tat gut. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein wertiges und funktionales Fitnesszubehör fürs Homegym zu einem fairen Preis erwerben kannst. Mir gefällt die Ausstattung dieser Klimmzugstange, sieht solide aus. Was soll man da auch großartig zu sagen? Mir gefällt das Angebot, aber das muss jeder Fitnessfreund für sich selbst beurteilen. Ich gebe dir auch sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg, was dein Fitnesstraining anbetrifft, denn da haben viele, viele Anfänger leider manchmal falsche Vorstellungen und ich will dir gerne noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, worauf es vielleicht wirklich ankommt. Denn das ist in erster Linie tatsächlich die Ernährung. Du kannst so viel trainieren, wie du möchtest. Wenn du bei der Ernährung nicht konsequent bist, bringt dir das alles leider sehr wenig. Also wenn du das Fitnesstraining ernst angehen möchtest und nicht nur eine Klimmzugstange kaufst, um dann einmal im Monat daran zu trainieren, wenn du das ernst angehen würdest, was ich dir auch empfehlen würde, dann recherchiere bitte, was es bei Kraftsport Ernährung zu beachten gibt. Das ist eine riesengroße Wissenschaft, da gibt es ganz viel zu beachten. Dann mach deinen Ernährungsplan so, denn ein Fitnessplan, kann ich dir sagen, bringt ohne den Ernährungsplan wirklich eher wenig. Dann kannst du dir das tollste Fitness-Equipment auf der ganzen Welt kaufen. Das bringt dir dann halt wirklich nicht viel. Also achte auf deine Ernährung, trainiere regelmäßig und dann kannst du dir deinen Traumkörper erarbeiten. Klingt leichter als gesagt, die Motivation musst du selbst aufbringen. Nochmal zurück zu dieser Klimmzugstange. Ja, ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis bewerten von diesem Fitness-Zubehör. Und das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Scheint mir eine gute Ergänzung fürs Home-Gym zu sein. Gerade für Fitnessanfänger ist die erste eigene Klimmzugstange meistens so eine Art, ja, so der Weg zum großen Fitness-Erfolg. Viele hören auf diesem Weg auf, weil sie einfach die langfristige Motivation nicht haben. Aber wenn du dir wirklich deinen Traumkörper erarbeiten möchtest, ja, dann zieh Fitness langfristig durch. Bestenfalls kommst du irgendwann in diesen Modus, dass dir das Training richtig Spaß macht, dass du dich richtig freust auf das Training. Wenn du in diesem Modus bist, hast du echt die besten Chancen, ja, deinen Traumkörper dir zu erarbeiten. Aber erwarte nicht zu schnell zu viel und kannst dich fünf Klimmzüge machen und dann schon ein Bodybuilder sein. Es dauert, ja, also Zeit mitbringen und ja. So nützliches Fitness-Equipment kann aber definitiv helfen und diese Klimmzugstange kann ich empfehlen. Das Amazon-Angebot zur Klimmzugstange werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Erfolg fürs Workout. Alles Gute.